Bildungsgerechtigkeit beginnt dann, wenn Max hier nicht Pech hat, weil er bei Frau Meier Unterricht hat oder Glück hat mit Frau X. Je unterschiedlicher Kinder sind in ihrer Lernentwicklung, desto stärkere Strukturen müssen sie auch haben. Freiwillige Müllsammelaktion, dann kriegt ihr Sonnen jetzt erst am Strich. Wir haben hier in jedem Klassenraum alles ganz gleich eingerichtet. Zum Beispiel hier, das sind die Lernwege in Mathematik, das heißt die Kinder sind alle an unterschiedlicher Stelle. Das ist eine besondere Schule, weil hier alle Kinder individuell gefördert werden. Deswegen sind ein Paar auf der Seite 24, auf der Seite 60. Es hat mich einfach alles hier mitgerissen, also diese Liebe zum Detail. Also so eine Schule sind wir und ja dann kam der Lockdown. Wir hatten aber trotzdem eine Aufgabe, nämlich unsere Seele, unsere Schule den Kindern zugänglich zu machen, auch wenn sie jetzt nicht mehr bei uns ist, und zwar elternunabhängig. Es ist vormittags Schule und wir organisieren das. Hallo und willkommen in der Englischzeit. Everybody let's have fun. Wir wurden sofort aufgefangen von den Lehrern, von der Schulleitung. Das war so ein bisschen auch unsere Rettung, muss ich sagen. Und dann haben wir einfach einen Sendeplan gemacht, einen digitalen Stundenplan. Nach unserem Morgenkreis kannst du gleich in die Lernbegleitung kommen. Dann gibt es Sport. Im Prinzip sind wir im Hintergrund, die Eltern. Also wir haben nicht diesen Druck, dass wir sagen, wir sind jetzt die neuen Lehrer. Unsere Schäfer. Guten Morgen, liebe Mira. Gerade auch diese soziale Komponente, die in Zeiten von Corona ja auf einmal sehr weggebrochen ist, konnten wir dadurch im digitalen Klassenzimmer nochmal auffangen. Mein Zahn ist gerade rausgefallen. Das war unheimlich wertvoll. In echt? Zeig mal. Ja. 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 Vielen Dank.